hallo herzlich willkommen bei moringa zucht teil 1 die vorbereitungen entfernen sie einfach mit dem fingernagel wie sie hier sehen die reste die um den samen herum sind und legen sie diese dann in warmes wasser 24 bis 48 stunden lang bei 25 bis 27 grad am besten auf die heizung viel erfolg nachdem die samen sich mit wasser vollgesogen haben und aufgequollen sind legen sie diese in die vorbereitete erde so ein zentimeter bis 1,5 zentimeter hier Untertitelung des ZDF, 2020